Ich weiß noch gar nicht, was wir machen jetzt. Tja, die Kamera läuft auf jeden Fall. Was machen wir jetzt? Das ist ja meine Sonnenbrille auszwingend. Wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, okay, sorry, ich habe mich versteckt. Wir sind gerade hier in Miami, denn wir haben was ganz Besonderes vor und wir sind auf einer ganz besonderen Location, würde ich sagen. Aber alles dazu gibt es auf Bibis Video, verlinke ich euch jetzt hier in der Infobox. Super wichtig, super toll. Und wir dachten heute mal, meine Schwester, die mitgekommen ist, der möchten wir heute mal Musical.ly präsentieren. Du hast noch nie ein Musical.ly gemacht? Ne, ich weiß auch gar nicht, was ihr jetzt machen wollt. Also ich weiß auch gar nicht, wie das so funktioniert, in Zeitlupe, Filme und alles. Und das wollen wir jetzt das allererste Mal mit ihr zusammen machen. Ich habe mit der Bibi zusammen drei, vier Musical.lys rausgesucht und die wollen wir jetzt gemeinsam zusammen drehen. Ja, haben wir nicht sogar auch einen selber gemacht? Und wir haben noch einen eigenen Ton. Also einen Ton selber gemacht und darauf machen wir gleich. Das müsst ihr gleich auch nachmachen. Sollen wir dann einfach mal mit dem ersten anfangen? Rein theoretisch könnten wir anfangen, ja. Also ich habe eins rausgesucht, das ist relativ einfach. Da muss man keinen Text code, da muss man eigentlich gar nichts können. Achso, genau. Wir machen jetzt eins. Das wird nichts mehr weiter. Wir drehen jetzt ein Musical.ly, wie ihr beide euch quasi streitet. Und dann... Ich dachte schon streichelt. Leute, ganz kurz. Alle schreien so... Und dann Selfie und dann lecheln wir so... Bin ich auch mit da drin. Wir dürfen uns auch schlagen. Ihr dürft euch bitte nicht wundern wagen, aber... Was ist das denn, liebe... Das Ding ist, da stehen überall so Möbel. Ey, die sind so schwer, das kann man nicht bewegen, ne? Was ist das, was zu bewegen? Au! Nein, nein, hast du mich angebläht? Hast du mich? Also ich kann jetzt auch Julian zustimmen und tun, als würde ich hier richtig schlagen. Dabei musst du so tun, als würde ich die ganze Zeit schreien, weil die haben auch alle würdig. Und dann hat er geschrieben. Ich tat sein gestern. Seid ihr bereit? Boah, jetzt sind jetzt überhaupt nicht drei Jahre alt wert. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Ah! チー Sch*** ich kam zu schnell! FAKE CHEESE! Ich hab's gespeichert. Ok, kommt noch einmal. Leute, hier draußen ist gerade um die 30 Grad. und jetzt kommt ja noch die Schwitzluft von meiner Schwester, die sich hier breit macht. Ist klar! Ok, seid ihr bereit? Zünf, vier, drei, zwei! Cheese! Fake cheese! Cheese! Übrigens, alle Musical.lys, gleich kommen auf welche, wo Töne kommen, die wir nicht einblenden dürfen, sind jetzt alle online, alle Musical.lys, die wir jetzt gedreht haben, sind jetzt online auf Julianka. Musical.ly, J-U-L-I-A-N-C-A. Bitte freuen, danke, bitte. Wenn ihr Spaß habt, dürft ihr auch gerne mal einen Daumen nach oben hinterlassen. Cool, meine Schwester, geht einfach. Geht einfach kein Bock mehr. In einem Video geht die einfach. Okay, jetzt haben wir hier ein Musical.ly gefunden, das wollte eigentlich, wenn ich ehrlich bin, die Bibi machen. We are not best friends. We are sisters. We are not best friends, because we are sisters. Ja, nur, dass wir ja keine Sisters sind. Ja, aber ihr seid sister and brother, also stell dir die Frage. Ja, aber man kann... Okay, ich finde das. Wir sind Sibling. Alles klar, ich bin eine Frau. Wer möchte das denn sagen? Ja, okay. Wir sind keine Sisters, das ist scheiße. Und... We are not best friends. We are... Wir sind einfach 50 Grad. Weil gestern sind wir hier reingekommen, meine Schwester hat gejammert, dass es zu kalt hier drin ist. Ja, wie das war auch. Wir haben alles auf 26 Grad gestellt. Es war so kalt. Ja, es ist hier drin genauso heiß wie draußen. Seid ihr bereit? Ja, so weit von breit. Wie ist das? Warum kommst du so gestört? Wollt ihr, sonst will ich auf gar keinen Fall. Ich sehe aus wie ein Spaß, die da sind. Juli, der Juli ist so... Ja, das ist so heiß. We are not best friends. Scheiße. Ja, das ist doch cool. Aber das ist süß, oder? Sollen wir unser Ereignis mal machen? Das müsst ihr unbedingt nachgucken. Geht bei uns auf Musical.ly und guckt euch die Musical.lys an, die letzten, die wir gemacht haben. Und wir schreiben wieder drunter so hier unser Original Sound und den müsst ihr euch nachmachen. Ihr müsst zu unserem Original Sound euer eigenes Musical.ly fahren. Genau, aber einmal kurz nachspielen, wie es sich ungefähr anhört, weil die werden es ja nicht hören, wegen dem Sound. Und dann kommt jemand vorbei von der Ereignis. No, she's not. Ja, genau. Du sagst zu ihr, you're beautiful. Und dann sagt ihr, no, she's not. Und dann seid ihr beide voll traurig. Und dann gucken wir dich beide so an und dann bist du voll traurig. Also warum, wenn ich dir hässliche Liebe... Gib was Liebes... Nee, schreib was Liebes in die Kommentare über meinen Bruder und mach einen Daumen nach oben. Das wird's gut auswendig gelernt. Der Juli hat gesagt, ich soll das haben. Geil. Du musst weiter nach... Da. Mein Gott. Okay, so sieht man dich nicht. Ich will nicht die hässliche sein. Okay, was? Was? Das ist voll geil. Ey, das ist mega geworden. Bämst du? Boah, ja. 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 Leute, macht das alle nach. Versucht auch irgendwie so ein Musical.ly mit unserem Ton zu machen. Weil den Ton haben wir ja eben selber. Ja, richtig cool. Nein, guck mal, unsere Küchenrolle fliegt weg. Nein! 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 Sie ist den kompletten Balkon runtergeflogen. Nein! 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 Die hört gar nicht mehr aus. Scheiße! Scheiße! Hä? Wo ist das denn? Ah! 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 Wir haben ein neues Musical.ly und zwar She Love Me Like One. Also, wir stehen alle jetzt hintereinander. Komm, entweder. Wir stehen uns jetzt alle hintereinander. Ich stehe vorne, weil ich der größte und stärkste und absolut allerbeste, coolste Typ aus dem ganzen Raum hier bin. Und ich heb jetzt eine Hand hoch. Aua! Aua! Was war's denn hier? Oh, wie Juli, dann ist nur mit dem Zeh gefriert. Was? Ich hab mich gar nicht bewegt. Aber ich hab wirklich gar nichts gemacht. Ich hab wirklich gar nichts gemacht. Also, She Love Me Like One. Nein, du darfst erst nichts machen. Ja, okay. Und dann mach ich wieder weg. No, she love me like three. Schrie das du mit beiden. Und danach, no, she love me like nine. Five. Und dann müssen alle. Klingt das noch ein Plan? Pira Rittlich? Die beiden Jankas sind ziemlich dicklich. Ach. Okay, fünf, vier, drei, vier. Das ist doch toll, cool. Jaaaaaah! Wuuu! Wenn ich meine Augen mein Herz machen kann, warum kann man sich... Ja, dein Maul jetzt. Dreckiger Hund! Nein, hast du nicht gesagt! So Leute, jetzt haben wir so ein richtig hartes... Ihr müsst euch... Vielleicht sehen die jetzt gar nicht so witzig aus, aber wenn ihr euch auf Musical.ly anguckt, im Originalen... Möge jetzt schon behaupten, sehen sie schon ziemlich an Dreck aus. Okay, Leute. Wir werden jetzt... Du musst dich jetzt so vorne mit dem Sessel so ganz alleine hinsetzen. Ach so. Und dann kommen wir so plötzlich beide von hinten... Und dann... Drei, zwei, eins... Mecklesbilder Launa! Und dann eskalieren wir uns hier einmal komplett durch das Ding. Aber... Was machst du? Ja, ich muss das doch in die Mitte auf der Elluhr. Ich kann auch ein Buch lesen oder sowas. Ja, das ist cool. Ja, genau. Ich... 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 Nein. Wir werden gleich auf jeden Fall einen chilligen Tag haben. Wir... Und was trinken gehen, was essen gehen. Und ich hoffe... Ich schwimmen. Ein bisschen schwimmen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst gerne mal einen Daumen nach oben, wenn ihr sagt, meine Schwester ist eine ziemlich coole Sau. So. Da würde meine Schwester sich drüber freuen. Und ich habe mehr Videos mit der Bianca. Stimmt. Und wenn ihr Bock habt, dass ich noch mal ein Video mit meiner Schwester drehe. Gern noch Kommentare, Vorschläge, Vorschläge in die Kommentare. Und jetzt switchen wir. Verlinke ich euch hier Bibis neues Video. Da gibt es eine sehr krasse Neuigkeit. Wir müssen euch was erzählen. Und einmal zeigen wir euch hier die Location, wo wir gerade hausen. So. Das war's von mir. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und bis gleich. Tschüss.